Ich nehme jetzt nicht auf. So. Ah, Batterien. Batterien hier. Pick it up, the batteries. Nice. So, jetzt rufen wir die April. Ruft die Polizei. In the basement. I'm locked down here. I went down the stairs, like the other night. Okay. There's two stairwells in Harthorn. Can you make your way to the other set? Yeah. Es gibt drei Treppen, zwei Treppen in Harthorn. We're going to the stairs and go out through the front door. I'll be on the radio with the police. Wir müssen zu der anderen Treppe gehen jetzt, um zu entkommen. Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, warum der seine Taschenlampe so nur so anmacht. Ich sehe nicht, wo es ist. Man sieht nicht, wo man hinspringt. Mann! Jawohl. So sieht's aus. Ich muss zu der anderen Treppe irgendwie. Ah, hier. Das macht zum Glück gar keinen Lärm. Ich mache die scheiß Tasche aber aus. Dann sehen wir zwar nichts, aber wenigstens sieht der Killer uns dann auch nicht. Hier können wir uns verstecken. Ich muss wohin? Eine andere Treppe. Girls Bart Boom. Das ist rechts von uns. So, wir müssen... Rechts. Dann nochmal rechts. Oder links. Müssen wir links zu den Stairs. Rechts. Und dann links. Bei der Kreuzung. Das ist die Library. Rechts von uns müsste die Library sein, ne? Warte mal. Ich blick bei der Karte hier nicht durch. Ich stehe vor diesem Scheiß... Wo ist das Baby... Also hier. Girls Bart Boom. Boys Bart Boom. Mir zwischendrin. So. Zack, zack. So, dann muss ich rechts. Und dann links. So, ich muss jetzt hier rechts und dann links. Das geht aber nicht, weil hier zu ist, ne? Das ergibt gar keinen Sinn, die Karte hier. Ja, wenn ich rechts gehe... Dann müsste es links und rechts gehen. Aber irgendwie geht es nur nach links. Deswegen verstehe ich die Karte gerade nicht. Nach Ventilen suchen. Was soll ich denn mit Ventilen? Ich soll nach Ventilen suchen? Ach, komm, ich übersetze mal das, was zu tun ist. Ich habe April kontaktiert. Jetzt muss ich mich auf dem Weg zum südöstlichen Treppenhaus machen, während sie die Polizei ruft. Suchen Sie nach Ventilen. Es sieht so aus, als ob Ventile bestimmte Tore öffnen. Ich sollte nach Ihnen suchen, um den Weg nach vorne freizumachen. Okay, wir müssen... Ventile stimmt tatsächlich. Südöstlich. Südöstlich, das ist wo? Der Süden, hier und... Hier, da müssen wir hin. Okay, Richtung Girls Bathroom. Das ist ja hier. Und dann müsste ich... Also, ich kann nach links. Na, nochmal links. Genau. Und hier sind Ventilen. Ich habe so Schiss, ne? Ich traue mich halt auch gerne, diese scheiß Flashlight anzumachen, weil ich die nicht mehr ausbekomme. Wenn der Killer kommt. Weil ich muss dann ins Menü für die auszumachen. April, you said last night there were rumors around Harthorn about a former art teacher or something. A Mr. Student wurde im Keller gefunden, was? Ich kann das doch nicht lesen. Übersetzt das not, I think it's true. Da vermisst der Student, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal hier die Tore auf. Und dann kämpfen wir uns jetzt hier raus. Der kommt ja auch wieder. Der ist jetzt nicht weg. Da steht die Drecksau schon wieder, ey. Ja, was ist? Hi. Ein Riesensichel in der Hand. Ich gehe jetzt bei denen. Der soll mir zuhören. Und dann weißt du ja schon, was unser Problem ist. Es rennt da weg. Vielleicht hat er ja auch Angst vor uns. Oder sollte uns das sagen? Ich bin wieder da. Ich weiß halt gar nicht. Ich habe so die Orientierung. Ich raff die Karte hier. Ach, gar nicht. Ja, komm mal her. Was haben wir jetzt aufgemacht mit unserem Weg, 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 Weg. Ich lasse die jetzt an. Ah, da ist noch. Ah, das haben wir benutzt. Okay. Ich bekomme ein Déjà-vu wenn ich diese Karte anschaue. Ah. Mehr Ventile. Au dich. Gar nichts traue ich mich. Die Hosen habe ich voll. Oh, ich höre was. Ein Tor ist offen, aber es fehlen noch ein paar. Wir brauchen noch Ventile. Da haben wir noch eins. Boah, diese lauten, stumpfen Geräusche in so Spielen. Ich denke, jemand kommt. Ah ja. Ein Abmarsch, hätte ich gesagt. Gar nicht ohne das Game. Gar nicht ohne. Gar nicht. Wir sind draußen. Komm raus. Komm raus jetzt. Äh, nö. Soll ich das machen? Dann läuft da. Dann läuft da. Ich traue mich halt auch nicht, diese Drecks-Taschenlampe anzumachen. Ich habe einfach... Ich mache das jetzt so. Wird schon klappen. Was ist das? Komm mal nicht raus. Toll. Missing. Ja, da ist was vermisst. Einer der Studenten. Läh das Ding doch mal weg. Du guck dich. Du guck dich. Was ist denn? 291. Was ist mit 291? Ah, der Code, der da stand am Code drauf. Sehr geil. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Das hätte ich komplett übersehen. Nur wofür? Er heultet das nicht. Er macht seine mehr weg. Was? Das war's. Ich weiß nicht, welche Tastenkombinationen ich innerhalb von 0,043 Sekunden drücken muss, dass der sich das scheiß Schloss anguckt. 291. Ich weiß nicht, welche Tastenkombinationen ich innerhalb von 0,043 Sekunden drücken muss, hat funktioniert. Dankeschön, Ballner, für den Tipp. Das ist ganz komisch. Du musst die Kiste in die Hand holen, dann mit linker Maustaste drehen, mit rechter Maustaste drücken, während du i drückst. Das ist ganz komisch. da i, dann drehen, dann f taken, und dann läd die Scheiße weg! So, jetzt halte ich den Hammer. Was soll ich mit dem machen? Was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Ah! Bestimmt die Holzbretter lösen. Jetzt muss ich die Holzbretter lösen, da hinten. Da hinten! Aber mich dreht er nicht auf der Stelle. Jetzt läuft er da hinten lang. Dann lass die Tür auf. Oh, wir sind raus, wir sind raus, ach du scheiße, geil, geil Leute. Es geht weiter, jetzt müssen wir die Treppen hoch, ich kann die Tasche nochmal anmachen. So, wir sind hier, was ist das, Office-Door, müsste ja dann hier rechts sein, ne. Da kommt man nicht raus. I need to open the lock, the stairway, before he finds me. I'm sure there's some sort of way to open it. Okay, wir müssen die scheiß Tür hier öffnen, wo der andere uns findet. Ich stand eben bei der Taschenlampe in der Ecke. Wo steht das? Wo steht hier was von 6? Ich kann, egal welche Taste ich drücke, passiert nichts. Passiert nichts. Ich muss die so aktivieren. Was ist das für eine Scheiße. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt habe ich noch removed. Der Götze ist weg. Hat sich erledigt. Aber die Taschenlampe leuchtet noch. Was ist denn jetzt? Warum tickt da eine Uhr? Was ist denn das? Was war das? Die Taschenlampe ist weg. Es explodiert. Was geht hier ab? Und ich muss ins Bett. Ich habe Frühschicht. Wir müssen das hier jetzt durchziehen. Das ist immer scheiße. Das ist morgen mein ganzer Tag wieder gelaufen, weil ich dieses Spiel fertig machen will. So, was soll ich jetzt? Ich muss jetzt hier irgendwie... Ah, okay. Die Granaten sind verbunden mit irgendwas. Ach, und ein Zettel. Den lesen wir natürlich liebend gerne. Da stehen noch ganz wichtige Informationen drin. Fundamentals auf Explosionen. Okay. Aufpassen, dass wir hier keine Explosionen auslösen oder wie. Wo muss ich dann hin? Hm. Office. Links, rechts. Das war schon richtig mit dem Raum, wo wir vorhin waren. Nun, wir dürfen nicht die Granaten auslösen. Was soll ich jetzt machen? Ich darf nicht über diese Linie treten, weil sonst alles in die Luft fliegt oder wie. Ich raff es nicht, ehrlich gesagt. Ich raff es nicht, ehrlich gesagt. I need to open... Ich habe... Muss die öffnen. Verschlossenes... Derbe... Verschlossenes Treppenhaus, bevor er mich findet. Ich bin mir sicher, da ist irgendwo ein Weg, um die Tür zu öffnen. Ja. Wenn ich hier durchgehen... Exklusiv. Pressure Plate. Ich darf nicht auf die Platte hier treten. Aber ich kann da nicht rundherum laufen. Okay. Ich packe das... So, die Tür muss ich öffnen. Die ist zu. Und die ist verkabelt mit. Kann ich springen? Nee. Hier sind überall Granaten. Und die sind mit allem verbunden. Hier sind überall Granaten. Wie kommen wir jetzt raus? Das ist die Frage. Was ist das? Ah, das sind so Zeichen. Eins, zwei, drei. Da sind seltsame Symbole. In diesem Teil des Kellers. Hawk Security System for the South Terrell. Okay, was? Was? Das sind ein Hawk Security System. In diesem Teil des Kellers gibt es eine seltsame Symbole. Vielleicht handelt es sich um eine Art Ad-Hoc Sicherheitssystem für den Ausgang des südlichen Treppenhauses. Okay, ich brauche Symbole. Eins, zwei und drei. Ich habe keine Ahnung. Ein M. Zwei ist Omega und drei ist ein N. M, Omega, N. So. M, Omega, N. Ich muss mir die Symbole suchen. Bei den Granaten war doch eine. Oder? Jetzt müssen wir die Symbole suchen. M, Omega, N. Omega. Das sind vier Granaten. Hätte ich jetzt gesagt. Vier Granaten. Das ist das einzige so, was... Omega. Das Symbol haben wir. Vier. Das mittlere. Das mittlere Symbol. Die mittlere Zahl. Jawohl, Creeper. Sehr schön. Das mittlere Symbol. Das mittlere Symbol ist die vier. Und hier sind fünf. Fünf. Vier. Und jetzt brauchen wir das M. Und dann weiß ich immer noch nicht weiter. Fünf. Vier. Eins fehlt noch. Finden wir den fehlenden Buchstaben. M. Null. Ah. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Kann das Sinn? Fünf. Vier. Zehn. Fünf. Vier. Null. Rundlagen zu Sprengstoffen und improvisierten Sprengkörpern. Okay. Fünf. Vier. Vier. Null. der hat sich also hier 5410 glaube ich, ist irgendein Code könnte ein Code sein nur für was, wir können ja nirgends ein Code eingeben das ist das Problem watch your step, achte auf deine Schritte ja so, und hier war die Tür ich muss auf die ich muss auf die Plattform treten ich muss von der ersten zur letzten von der letzten zur mittleren und von der mittleren zur ersten also ich muss von okay, ich muss von N zu M von M zu O von O zu N M M N M O N N M O N es läuft nämlich Zeit ab jetzt muss man den Weg kennenlernen N M O N N M O N Gang M N N M O N also wir haben hier O ich denke, machen wir nur einmal O O nur einmal am Ende des Ganges O O war N N N N N also hier starten wir N dann rennen wir suchen wir M N das war hier, ne M genau dann zu O dann wären wir schon tot N N laufe ich hier runter an der Leiche vorbei N M M dann O das ist ganz am Ende des Ganges O und dann wieder zurück zu N das ist ganz unten am Gang dann gehe ich am besten durch die zweite Tür hier hier neben der Uhr gut also wir starten hier bei N hier renne ich los N runter in der Leiche entlang hier rüber N aktivieren M drehen uns rennen zurück hier hoch zu O zack aktivieren O zurück erste links ne nicht erste links zweite links an der Uhr vorbei und wieder zu N so los geht's N N N N N M O O O O O O das war's was ist passiert die tür ist auf die tür ist auf leute mehr sind raus da glaubt man hans da fliegen die funken und eine counter scheiße machen wir nächsten sonntag ich muss wirklich ins matchup frühschicht muss um 5 wieder raus leute tut mir leid dass ich hier unterbrechen muss aber final counter machen wir nächste woche sonntag sorry leute geht echt nicht ich kann jetzt nicht noch eine halbe stunde spiel es wird immer später kann ich hier wenig in spaß kann ich speichern load game müsste gehen oder ein geiles spiel hey leute sorry muss echt ins bett finale müssen wir nächste woche machen geht leider nicht ja ihr liebe leid cliffhanger muss auch mal sein machen wir finale nächste woche sonntag das starten wir direkt los also nächste woche sonntag 19 uhr am start sein und dann seht ihr wie das spiel endet so geht es so zwingt man leute zum wieder einschalten ist geil aber ja macht bock an der stelle bedanke ich mich fürs zuschauen leute ich muss bringen das badmereiden noch rüber ich gucke ob ich noch jemanden zum raiden finde macht doch einfach mal hier an marmot twitch startseite an wer ist denn alles online hier wer ist dann alles online fetzers gaming club super mario rpg der gute fetzer ein guter kollege von mir ein guter landsmann von mir auch saarländer lieber sehr sympathischer streamer reden zum petzers gaming club rüber aus dem das spiel geil was er spielt super mario rpg mega interessiert mich auch habe das damals gespielt aber nur als emulator weil das kam ja nie in deutschland raus und ich glaube er ist fertig ich glaube den brauchen wir gerne reden sehr fertig ich guck mal rein ich glaube der ist fertig parallel zu und es werden noch weitere games für mich mario fetzers fertig scheiße okay der hat gerade auf dann gehen wir zu twitch clips germany fertig jetzt tut mir leid tut mir leid aber jetzt fertig leute an alle eine gute nacht lassen wir liebe grüße im clip da der uns immer so fleißig rein wurde und lieb die Vielen Dank.